Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wird es mal wieder Zeit für eine kleine Bestandaufnahme, aber ich werde es nicht so umfangreich gestalten, weil ich habe schon ein paar Videos dieser Art gemacht und ja, die werden meistens ziemlich lange, wenn man es ausführlich machen will. Deswegen machen wir es nur ein bisschen oberflächlich. Und zwar habe ich endlich Abenteuerstufe 59 erreicht und kann mir jetzt die Belohnung dafür abholen und ich bin komplett free to play. Ich habe noch nie Geld für das Spiel ausgegeben und es hat mich jetzt etwas über, naja, nicht ganz, also etwas über ein Jahr und fünf Monate gekostet, auf dieses Level zu kommen. Genau. Und jetzt wollte ich mir eben zusammen mit euch die Belohnungen abholen. Ich finde sie immer noch lächerlich. Ich muss das in jedem Video wieder thematisieren, obwohl da immer Monate dazwischen liegen, weil sich einfach nichts ändert. Ich finde persönlich die Abenteuerbelohnungen, vor allem wenn man es jetzt vergleicht mit den Belohnungen von sowas wie dem großen Narukami-Schrein in Inazuma, einfach absolut lächerlich. Weil ich meine, natürlich, Abenteuer-EP ist halt etwas Passives, man kriegt es für extrem viele Sachen, aber man macht eigentlich nichts nur für Abenteuer-EP, weil man kriegt jetzt so aus Truhen oder für Aufträge, man kriegt ja immer irgendwas extra. Also Abenteuer-EP ist ja immer nur dieser Bonus, weil man kriegt sonst immer noch irgendwas anderes. Also Abenteuer-EP ist immer dieses Passive, was mitkommt, so ähnlich wie Mora, nur dass man Abenteuer-EP halt nicht ausgeben kann, also außer halt um seine Stufe zu erhöhen. Aber das passiert ja auch eigentlich automatisch und passiv. Und trotzdem muss ich aber sagen, einfach weil es so lange dauert, also ich meine, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich werde schon vor fünf Monaten Level 60 geworden und jetzt ist die Abenteuer-EP erstmal nur noch, naja, bringt einfach nichts so ungefähr, etwas, was man halt mitträgt, aber im Endeffekt nie wieder wirklich beachtet, dann würde ich sagen, okay. Aber ich meine, es hat mich jetzt fast eineinhalb Jahre gekostet, um auf Stufe 59 zu kommen und würde mich jetzt wahrscheinlich noch Minimum vier Monate kosten, je nachdem was Zeit kommt, natürlich auch immer darauf an, wie viel Content kommt oder ob ein neues Gebiet kommt. Neues Gebiet würde immer bedeuten, sehr viel neue Abenteuer-EP, weil extrem viele neue Quests hinzugefügt würden. Aber so oder so wird es mich noch ein paar Monate kosten, auf Level 60 zu kommen. Und die Belohnung für Level 60, okay, ja, sie ist schon deutlich besser als für 59 zum Beispiel. Man kriegt dreimal vorbestimmtes Schicksal, man kriegt zusätzlich noch 150 Urgestein, man kriegt zweimal Harz, aber das war es dann eigentlich schon. Ach ne, zweimal Harz kriegt man hier sogar auch tatsächlich, lol. Aber, ja eben, das heißt, man kriegt im Endeffekt fast 500 Urgestein mehr oder rund 500 Urgestein mehr und das war es eigentlich und das kann ja nicht sein, also das ist ja voll lächerlich. Also, ja, aber wie gesagt, vielleicht, wenn sich da irgendwann mal was ändert, wird man die Belohnungen, die besseren Belohnungen dann oder für weitere, höhere Level vielleicht bessere Belohnungen, dann auch im Nachhinein die Belohnungen noch kriegen, wenn man dann schon ein höheres Level hat oder so. Also ich hoffe immer noch, dass sie sich hier endlich mal noch ein bisschen mehr einfallen lassen. Also ich finde zumindest zerbrechliches Harz könnte vielleicht ein bisschen mehr drin sein, weil davon kriegt man so unglaublich wenig, vor allem Free-to-Play, also das ist schon heftig. Also man muss ja im Endeffekt Urgestein ausgeben, um wirklich sehr viel Harz zu haben und das ist halt schon schmerzhaft, wenn man eh so wenig Urgestein hat. Aber ja, das war die Belohnung für Abenteuer Stufe 59 und jetzt wollte ich euch im Endeffekt nur noch kurz zeigen, wie es so mit meinem Figurenstand aussieht und genau, ich bin jetzt bei 1771 Abenteuer EP von 340.125. Also ich glaube für die Stufe 58 steht er leider nicht dabei. Hat man glaube ich 314.000 oder 312.000 gebraucht, eins von beiden, da sitzen es nochmal knapp 30.000 mehr. Aber 30.000 Abenteuer EP ist ja tatsächlich voll wenig. 300.000 ist, naja, nicht wenig. Ja gut, machen wir als erstes mal die Errungenschaften, da habe ich aktuell 482. Das ist nicht sehr viel, aber ich muss auch sagen, also manchmal habe ich so wieder ein bisschen Ehrgeiz und dann probiere ich wieder neue Errungenschaften zu pushen und welche zu holen, aber dann mache ich halt auch mal wieder drei Wochen gar nichts und das ist halt schwierig. Außerdem ist jetzt auch noch was Neues rausgekommen, da habe ich auch noch gar nichts gemacht bis jetzt, wobei das Video hier vielleicht sogar ein bisschen später kommt. Ja, aber insgesamt würde ich sagen, schon ein guter Fortschritt. Also ich bin eigentlich überall bei mehr als ein Drittel. Also ich bin schon gut unterwegs und die allermeisten habe ich sogar auf 100% tatsächlich. Von dem her passt das. Aber es gibt ja noch extrem viele versteckte Errungenschaften unter Wunder der Welt, die man, ja, die muss man erstmal finden, sage ich mal. Genau, also soviel zu den Errungenschaften. Und dann haben wir noch das Figurenhandbuch. Hier sieht es richtig traurig aus, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie es da bei anderen Free-to-Play-Leuten aussieht. Es gibt bestimmt welche, die haben insgesamt 5, 5 Sterne Helden mehr als ich. Bei mir sieht es so aus aktuell. Ich habe jeden 4-Sterne-Charakter im Spiel. Das war auch eins meiner Ziele, weil wenn man schon nicht alle 5 Sterne haben kann, wenn man wenigstens alle 4 Sterne haben, dass man da halt jede Kombination, wenn man die dann haben will oder wenn man die dann ausprobieren will, auch wirklich ausprobieren kann. Und zwar immer und nicht nur, wenn Probelauf ist oder so. Das war mir auf jeden Fall wichtig. Und da haben wir, wie gesagt, alle. Insgesamt habe ich 33 von 47 Helden. Das heißt, wir fehlen 14. Und diese 14 sind natürlich alle 5 Sterne, wie eben schon erwähnt. Die sind ja schwieriger zu bekommen. Und insgesamt habe ich 9 5 Sterne Helden in meinem Besitz. Das sind Jin, Chi-Chi, Zhongli, Albedo, Hu Tao, Kazuha, Yoimiya, Sangonomia, Kokomi und Yaemiko. Und habe aber schon 3 5 Sterne Helden doppelt bekommen. Das waren 2x Jin und 1x Chi-Chi. Also statt Keqing und Mona zum Beispiel hätte man da auch kriegen können. Oder auch Diluc. Ja, habe ich nur Doppelte bekommen. Also von den Standard Helden quasi von den 5, sage ich mal in Anführungszeichen, fehlen mir mehr als die Hälfte, weil ich extremes Pech dabei hatte. Genau, und soviel dazu. Also, ja, könnte auf jeden Fall besser aussehen. Also allein schon die Variation der 5 Sterne Helden könnte ein bisschen weiter sein. Aber insgesamt könnte man auch legit mehr haben. Man könnte aber auch weniger haben, weil ich hatte auf jeden Fall ein paar Mal einen 5 Sterne Helden, wo ich hier noch nicht beim Garantierten angekommen bin, sondern schon ein bisschen früher den Helden bekommen habe. Also das ist mir tatsächlich auch schon passiert. Genau. Dann 5 Sterne Waffen. Da habe ich insgesamt leider nur 4. 2 Mal die gleiche sogar, den letzten Seufzer. Aktuell probiere ich jetzt, Venti zu bekommen im Gebet, dass ich ihn bei ihm benutzen kann, weil die Waffe für Venti tatsächlich ziemlich gut ist. Und da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich den dann verfeinere, den Bogen, oder ob ich ihn mir lieber einmal aufhebe und trotzdem benutze, weil der Bogen hat tatsächlich einen ziemlich krassen Effekt. Und ich weiß gar nicht, was bei Stufe 2, würde sich das wirklich so krass verbessern? Um 75 Punkte statt 60. 125 und 25 Punkte. Ja gut, wäre schon nicht schlecht, aber man könnte ihn natürlich auch 2 Mal haben. Genau. Also nicht 2 Mal im gleichen Team, aber insgesamt halt 2 Mal. Aber mal schauen. Noch habe ich keinen Venti, deswegen spielt das eigentlich sowieso keine Rolle. Ja ansonsten 4 Sterne Waffen mäßig sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Also hier ist noch die eine Waffe von dem Event in Enkanomia, die habe ich noch gar nicht hochgestuft. 4 Sterne Waffen kann man sich ja selber herstellen, deswegen sieht man hier auch öfter mal Stufe 5 oder hier habe ich meinen Sternglanz zum Beispiel für die Schwarzsteinlanze auf Stufe 5 ausgegeben. Dann die Event Waffen sind natürlich auch immer noch dabei. Compound Bogen ist ziemlich nice. Das ist auch eine Event Waffe. Das hier, wie gesagt, die wäre auch eigentlich Verfeinerungsgrad 5, habe ich noch nicht gemacht. Und ja, also insgesamt auf jeden Fall, da sieht es ein bisschen besser aus, weil man zumindest so viele Waffen hat, dass man zumindest jedem Charakter seine eigene Waffe geben kann. Außer natürlich, man braucht bei 2 Charactern die gleiche Waffe, da muss man sie entweder wechseln oder sie sich nochmal besorgen irgendwie. Ja, Artefakt-technisch, ich weiß nicht, wie viel man hier rausziehen kann. Ich habe tatsächlich gar nicht so viele Artefakte auf Level 20. Wie viele sind die in einer Reihe? 3, 6, 8. Nochmal quasi hier unten 10. 18, 26, 34, 42, 50, 58, 64, 72, 80, 88. Okay, aber das kann gar nicht sein, weil ich habe ja vorher 10 gehabt, oder? Doch, doch, nee, aber meinsch. Ja, genau. Also fast 100 Artefakte plus 20, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber wie gesagt, die einzelnen Werte schauen wir uns jetzt nicht alle an, dass wir den Rahmen sprengen. Können wir uns noch ein bisschen durchs Inventar klicken. Aktuell habe ich sehr viel eines Helden Weisheit angesammelt. 1521 Stück. Warum habe ich das gemacht? Einfach, weil ich habe jetzt sehr viele Helden, also zumindest sehr viele 4-Sterne-Helden und die meisten von denen haben ein sehr niedriges Level. Und das ist aus dem Grund, dass ich die Helden erst dann pushen möchte, weil es ja doch relativ viel Mora und eben vor allem Figuren-EP ist sehr schwierig zu bekommen, kostet. Und deswegen spare ich mir das momentan auf und pushe dann wirklich den Charakter, den ich pushen will und den pushe ich dann aber wirklich komplett raus. Also jetzt nicht auf Level 90, aber zumindest auf Level 80 und das kostet auch schon ziemlich viel. Und hiermit möchte ich mir halt immer die Möglichkeit einfach offen halten, jeden Charakter, den ich besitze, sofort aufs Maximum zu pushen und dann halt quasi zu nutzen. Und aus dem gleichen Grund habe ich auch von jedem Boss die Quest-Items gekauft. Äh, gefarmt meine ich natürlich. Das heißt, ich habe von jedem Boss eigentlich mehr als genug Items, um jeden meiner Charakter, zumindest einen, der die Items benötigt, zu pushen. Vor allem die Charakter, die ich halt noch nicht gepusht habe. Also ich meine jetzt zum Beispiel bei der schwedenden Perle, hier habe ich jetzt nur 5 oder auch bei dem Tau der Abstoßung habe ich nur einen, aber da habe ich alle Charakter in meinem Besitz, die dieses Item benötigen würden, schon gepusht. Das heißt, da brauche ich einfach keinen mehr. Bei allen anderen habe ich halt dafür gesorgt, dass ich hier die Items, die benötigten, habe. Also hier zum Beispiel 47 Mal aus Enkanomia, ähm, 48 Mal das Quest-Item aus Tsurumi und so weiter und so fort. Also da bin ich halt quasi flexibel und kann jederzeit die Charakter pushen, wenn ich sie dann im Team haben möchte, auf einem höheren Level. Genau, das Gleiche habe ich bei Talentbüchern gemacht, da habe ich auch mal eine Weile lang einfach nur so provisorisch gefarmt, damit man es einfach da hat, damit man nicht, wenn man sich einen neuen Charakter pushen will, dann erstmal drei Wochen lang, äh, Talentbücher farmen muss, bevor man den Charakter dann tatsächlich benutzen kann. Krone der Weisheit bin ich auch extrem sparsam, da habe ich mittlerweile 10. Jetzt kommt bald noch eine Aktion, wo man wieder eine bekommen wird. Dann habe ich 11. Aber gut, man braucht pro Charakter auch, ähm, sind quasi 9, die man braucht pro Charakter, wenn man ihn komplett fertig machen wollen würde. Das ist schon ziemlich teuer. Genau. Das Einzige, wo ich sehr schlecht aufgestellt bin, sind Waffenmaterialien. Das liegt aber einfach daran, dass ich halt nicht so viele Waffen pushe. Habt ihr ja vorher schon gesehen, ich habe zwar viele Waffen, viele verschiedene auch, habe die meisten auch tatsächlich nie wirklich gepusht, weil ich habe halt ein gewisses Kontingent an Charactern und das sieht man eigentlich ganz gut. Das ist halt vor allem die erste Reihe, die zweite Reihe und dann hört es eigentlich schon auf. Ja, und das sind eigentlich im Endeffekt alle Charakter, die ich benutze und die haben alle ihre eigene Waffe mehr oder weniger und das war's. Die anderen Charakter benutze ich nur ab und zu mal und dann wechsle ich halt die Waffe mit einem anderen Charakter. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal unbedingt Razer benutzen wollen würde, würde ich ihm halt die Wolfsgrab von Beidou geben oder wenn sie auch im Team ist, dann würde ich ihm halt keine Ahnung, hier den Gua Prototyp oder irgendwie sowas geben. Also ja, dass man halt einfach ein bisschen wechselt, genau. Und ja, ansonsten Nahrung ist, denke ich, ziemlich langweilig. Das hier ist auch nicht so interessant, würde ich sagen. Nope. Dann, ja, das ist eigentlich auch relativ uninteressant, die Hilfsmittel, weil die sind ja eigentlich auch durch Quests eigentlich mehr oder weniger alle bedingt und ja, Quest-Items genauso unrelevant und dann haben wir hier noch ein bisschen, aber das ist eigentlich jetzt auch nicht so wirklich interessant, genau. Und dann kann er der Vergänglichkeit eigentlich auch nicht mehr. Genau, und deswegen ziehen wir das Ganze nicht unnötig in die Länge. Also das war mal so ein kleiner Überblick über meinen Account im aktuellen Stand. eben kurz nachdem ich Stufe 59 erreicht habe. Und ja, Stufe 60, also ich denke mal, April, Mai wird es auf jeden Fall kosten, also zwei volle Monate. Vielleicht im Juni. Es kommt halt darauf an, wann jetzt das neue Gebiet kommt und wie gesagt, wie viel die pushen. Aber ich finde schon, dass sie immer mehr machen. Also ich weiß nicht, am Anfang habe ich halt, also am Anfang, logischerweise war ich halt am Anfang, da hatte ich ja noch nicht komplett Monstet fertig, als ich dann mit Liwei angefangen habe oder so. Da musste man sich natürlich erstmal einen gewissen Stand im Spiel erspielen, dass man quasi sagen kann, okay, Monstet, bin ich fertig? Bin ich jetzt in dem Fall tatsächlich, weil ich über 100% habe? Also fertig in Anführungszeichen. Alles habe ich bestimmt nicht gemacht. Es gibt bestimmt ein paar Kleinigkeiten, die ich nicht habe. Genau, aber dann kamen halt die ersten Erweiterungen und da war man aber noch gar nicht fertig und da hat man das noch nicht so ganz mitbekommen, wie viel jetzt wirklich hier insgesamt mit einem Update hinzugefügt wird, wenn man noch gar nicht mit dem gesamten oder zumindest mit dem oberflächlich gesamten Content vom vorigen Update stand, also bevor das neue Update kam, fertig war. Kann man ja eigentlich nicht wirklich gut beurteilen, wenn man eben noch nicht fertig ist. Und das ist jetzt eben ein bisschen anders. Ich sehe gerade hier 159 von 160 Harz, weil ich heute noch nicht gefarmt habe, aber das wollte ich jetzt gleich im Anschluss machen. Oh, drei Minuten habe ich noch. Okay, ich muss mich beeilen. Und ja, das ist quasi der Unterschied, dass man das jetzt halt stärker mitbekommt oder zumindest ich bekomme es jetzt stärker mit, was die in einem Update wirklich alles hinzufügen. Sind das wirklich so viele Quests? Kriegt man das auf die Urgesteine? Kriegt man das auf die Abenteuer-EP? Weil du spielst ja die neuen Quests, dann hast du sie fertig und dann kannst du dich wieder nur noch mit alten Sachen befassen, die du halt bis jetzt noch nicht gemacht hast. Und ich finde aber schon, dass sie in der Summe vor allem ihr Game ganz schön gesteppt habt haben, also die ganzen Inseln, die sie hinzugefügt haben. Klar, wenn man es zusammenrechnet, alle Thronen und so weiter und so fort, kommt man wahrscheinlich auf etwas sehr ähnliches wie Lio und Monstet. Das mag schon sein, aber die Update-Häufigkeit wurde ja erhöht. Also es kommen jetzt alle sechs Wochen Updates. Das war am Anfang auf jeden Fall nicht so oder zumindest nicht kontinuierlich so. und man muss es ja immer so sehen, je mehr es einfach gibt, also wenn es irgendwann fünf, sechs Städte gibt, werden sie in jedem Update dann wahrscheinlich trotzdem irgendwann auch einfach noch mehr Content bringen müssen, weil sie können halt dann nicht machen, dass sie quasi nur in Stadt XY, wo Eintrittsbeschränkung Level 50 ist, Content hinzufügen und irgendwo anders nicht. Das heißt, sie müssen dann Content für die High-Level-Spieler entwickeln, was natürlich nicht zu wenig sein darf, weil die Leute will man ja am Laufen halten, also die will man ja, dass die weiterspielen, wenn sie eh schon so lange gespielt haben und zeitgleich musst du aber auch irgendwas in Monster dann so machen oder in Liyue, weil die Leute, die halt erst seit ein paar Monaten spielen, halt noch nicht Level 50 sind, die können dann halt den neuen Content nicht spielen und dann musst du vielleicht trotzdem hier und da ein bisschen was machen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass immer mehr Content kommt, den auch Leute spielen, oder den man halt auch so spielen kann, oder beziehungsweise einfach insgesamt mehr Content kommt, damit ihn jeder spielen kann, ist halt meiner persönlichen Meinung nach einfach recht hoch und man merkt es, denke ich, jetzt schon durch diese häufigeren Updates und so, es kommt einfach schon extrem viel und deswegen bin ich zuversichtlich, dass man da auf jeden Fall in der Zukunft noch Großes in dem Spiel auf jeden Fall erleben kann. Und das war es eigentlich schon, jetzt ziehe ich es schon wieder ein bisschen in die Länge, deswegen sage ich jetzt, danke euch für das Einschalten, bis zum nächsten Mal, macht es kurz rein, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.